Nun, ich werde nicht lügen, wenn ich sage, ich habe nicht so lange Zeit heute für das Video. Es ist 19.43 Uhr und um 20 Uhr klingelt meine Tür, wahrscheinlich, mehr oder weniger. Aber wenn ihr den Klingeln hört, dann wisst ihr, das Video muss enden. Also, sollte ich lieber anfangen. Nun, heute will ich ein Geheimnis verraten, was... was ich niemandem verraten sollte, vor allem eigentlich nicht öffentlich machen sollte. Aber mein Kopf sagt mir, es sollte okay sein. Wenn ich meine kriminellen Aktivitäten, die ich mit 13 und 14 ausgeführt habe... Ich meine, ich bin jetzt 28, wie du stark am Bart erkennen kannst. Wenn ich nicht schneide, sehe ich leider aus wie 15. Deswegen muss ich einen Bart haben, damit jeder weiß, ich bin 28 und nicht 9. Okay, kleiner Spaß. Vielleicht nicht so extrem, aber... Ja, ich habe nicht die... Wie soll ich sagen? Die legalste Vergangenheit ever. Allerdings auch nicht die kriminellste. Ich bin kein Ultrakrimineller oder was auch immer. Aber ich bin jetzt auch nicht der... Ich hatte jetzt nicht die... Unkriminellste Jugend. Ich finde heute nicht die richtigen Wörter. Bevor ich dir allerdings die Geschichte erzähle... Wenn du über irgendwas willst, worüber ich reden soll, schreib es in die Kommentare. Es spielt keine Rolle, was. Ob es in den News ist, ob es irgendeine Story ist oder irgendwie sowas in der Art. Also ja, fangen wir damit an. Ich war zu dem Zeitpunkt 12 oder 13. Meine Eltern haben sich geschieden. Wir hatten vorher ein Eiskargefeel gehabt. Das hatten wir dann nicht mehr. Und dann bin ich und meine Mutter in ein Dorf gezogen. Und dieses Dorf war sehr interessant. Denn da gab es ein Edeka. Es gab dort ein Edeka. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir nicht das meiste Geld der Welt. Allerdings konnte ich mir trotzdem Sachen kaufen, wie einen Döner oder so. Oder was man halt macht. Also und Konsolen habe ich auch öfter mal bekommen. Oder ein Spiel. Also auch wenn wir nicht die reichsten waren. Aber ich hatte schon ziemlich... Ich hatte genug, sagen wir mal so. Ich hatte genug. Und Edeka hat mich immer angelächelt irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso. Also Edeka, wenn ihr das hört... Dann könnte es sein, dass ich einfach nur euren Namen sage. Es könnte aber auch Rewe gewesen sein. Oder Aldi. Oder Lidl. Oder Rossmann. Wer weiß. Eins von denen. Aber wahrscheinlich war es Edeka. Das mache ich zum Selbstschutz übrigens. Und in diesem Dorf könnt ihr euch vorstellen. Gab es auch einige Freunde, die nicht so einen super Einfluss auf mich hatten. Und dann habe ich gesehen, als wir in den Edeka reingegangen sind, dass einige meiner neuen, neuen Freunde, die ich da kennengelernt habe, die wie gesagt nicht den besten Einfluss auf mich hatten. Aber mit 13, 14 ist man leicht beeinflussbar. Und das war ich definitiv auch. Und ich habe gesehen, wie die ein paar Sachen geklaut haben. Okay. Und dann dachte ich mir so, wieso sollte ich das nicht auch tun? Und jetzt fragst du dich, was soll man überhaupt klauen bei einem Edeka? Oder bei einem Rewe? Wahrscheinlich, was aber Edeka. Was soll man da überhaupt klauen? Und zwar, es ist einfach... Zum einen, wieso klaut man überhaupt? Was ist ein Klauen so toll? Ich meine, wenn du eine Bank ausraubst, was ist daran so toll? Ich habe gelernt, was daran so toll ist. Okay. Es ist meistens nicht mal das Geld. Du denkst dir so, okay, ich raube jetzt eine Bank aus und ich werde das Geld bekommen. Das ist es aber gar nicht. Das Geld ist das Zweitgeilste. Das Geilste ist eher der Kick in dem Moment. Fallschirmspringen. Bungee Jumping. Mit 70 kmh mit dem Skateboard einen Berg runterfahren ohne Bremsen. Das ist gar nichts. Im Gegensatz zu Klauen. Der Moment, wenn deine Taschen vollgepackt sind. Übrigens, ich sollte vielleicht dazu sagen, Klauen ist nicht gut. Klauen nicht. Wenn du erwischt wirst, wird es kacke sein, okay? Also es klingt jetzt so, als würde ich Klauen gut darstellen. Es ist natürlich nicht gut, okay? Aber es ist in dem Moment einfach so, wenn man den Kick sucht. Nun, für mich, ich habe nicht wirklich den Kick gesucht. Ich wollte einfach nur ein paar kostenlos Süßigkeiten haben. Außerdem hatte ich immer Style-O-Mailo-Haare. Jetzt habe ich geduscht. Meine Haare sehen so aus, nachdem ich geduscht habe. Ich habe sie nicht mal gemacht, weil es mir das egal ist. Aber ich kann euch vorstellen, als 13, 14-Jähriger musste ich die coolsten Haare haben. Deswegen war Haargel eine hohe Priorität für mich. Nun, eines Tages hat sich meine Mutter gefragt, sag mal, von wo hast du eigentlich die ganzen Haargels her? Habe ich gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Ich glaube, ich habe gesagt, habe ich mir gekauft. Nee, dann, das könnte ich nicht gesagt haben, weil dann, dann wüsste sie, dann, ich meine, von wo habe ich das Geld? Richtig, ich habe ja kein Geld verdient zu dem Zeitpunkt. Aber, ja, ich habe irgendwas gesagt, vielleicht von einem Freund. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe oder ich habe gar nichts. Ich glaube, ich bin aus der Wohnung gerannt. Ohne eine Erklärung. Aber, ja, der Moment, wenn man halt diese fette, wirklich hatte, ich hatte wirklich eine Jacke. Das war im Winter, deswegen geht es auch. Im Sommer ist es ein bisschen schwerer mit einem Rucksack. Sieht ein bisschen auffällig aus. Aber, die größte Sache, die ich geklaut habe, war Haarspray. Und ich hatte wirklich so eine richtig fette Bomberjacke. und ich bin reingegangen und ich habe mich umgeschaut, ob jemand kommt oder nicht. Ich habe sich schnell reingesteckt, zu, und ich habe so viel reingetan wie möglich. Weil natürlich, es musste sich auch lohnen, okay? Und dann aber, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Zum einen, du schaust immer auf die Spiegel. Schau auf die Spiegel. Da oben gibt es immer so Spiegel. Diese Spiegel sind dazu da, dass jemand anders sehen, dich beobachten kann. Das ist quasi fürs Klauen. Das sind so meistens schräge Spiegel. Ich weiß nicht, ob die immer noch existieren. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube einfach, viele Leute klauen gar nicht in so Läden mehr. Aber wie haben das als Jugendliche getan? Und dann gab es diese Spiegel. Und deswegen musstest du achten, dass du nicht in dem Spiegel zu sehen bist. Also du musst es schon intelligenter angehen. Nun, habe ich getan. Okay. Dann kam der crazyste Moment. Denn es ist die Kasse. Nun, du könntest natürlich immer wieder einfach so rausgehen. Heutzutage, wenn du einfach so rausgehst, selbst mit dem Rucksack, niemand hält dich an, okay? Allerdings ist das ziemlich auf, beziehungsweise man fällt auf. Man fällt auf, wenn man einfach so rausgeht. Jedes Mal, ich meine die Leute, die Mitarbeiter werden sich denken, hm, was stimmt mit dem nicht? Also habe ich immer was gekauft. Ich habe immer eine Kleine gekauft. Meistens war es Kaugummi. Damit ich etwas kaufe. Und ich habe auch immer so getan, als hätte ich es wirklich null eilig, okay? Und das hat tatsächlich funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Und ich weiß eine Sache. Ich habe das getan, bis ich das Gefühl hatte, jetzt wird es bremslich. Ich glaube, ich habe es für ein halbes Jahr gemacht. Ziemlich oft sogar. Und ich wurde nicht ein einziges Mal erwischt. Ich glaube, ich habe etwas über 1000 Euro geklaut bekommen. Tatsächlich. Das war ziemlich crazy. Und ich hatte so viel Haarspray. Ich hatte so viel Süßigkeiten. Ich hatte alles. Ich habe allerdings, wenn ich geklaut habe, nur von so größeren Konzernen geklaut. Wie Edeka, Rewe, Lidl. Also, die es nicht wirklich interessiert. Es ist ein bisschen so wie bei Amazon. Wenn du bei Amazon irgendwas zurückschickst, dann juckt es dir nicht. Du kannst die ganze Zeit Sachen kaufen, zurückschicken, probieren, für zwei Wochen zurückschicken. Es interessiert dir nicht. Selbst wenn du es in einem Wert von 10.000 Euro tust, dir interessiert das nicht. Weil 10.000 Euro sind für Amazon sowas wie für mich. 0,000000000000. Ich könnte jetzt die ganze Zeit so weiter. Es ist auf jeden Fall eine Menge Nullen. Punkt 1 Euro. Okay? Oder 10, eher gesagt. Also, deswegen habe ich eher kein schlechtes Gewissen gehabt. Weil es eh so ein Ria-Konzern ist, wo es die einfach nicht interessiert und man einfach klauen kann. Allerdings gab es auch neben mir einen Kiosk, wo ich immer meine bunten Tüten gekauft habe. Ich weiß nicht, wer die noch kennt, aber bunten Tüten sind was Episches auf jeden Fall. Gibt es bestimmt noch, aber ich glaube mittlerweile sind die viel teurer. Genauso wie Döner. Aber ja, bei dem Kiosk habe ich zum Beispiel nie geklaut. Nicht nur war es viel gefährlicher, es war auch einfach persönlicher. Ich habe das Gefühl, wenn man theoretisch bei Rewe oder Lidl klaut oder Edeka oder solchen Läden, ist es nicht wirklich persönlich. Es interessiert ihn nicht wirklich. Wenn die Polizei das dem, dem, den Typ, ich meine der Typ weiß nicht mal, der, der die erfunden hat, der, der die, ne, erstellt hat oder wie auch immer. Der Chef davon. Denkst du, denen interessiert das, ob jemand den klaut hat bei ihm? Und deswegen hatte ich nicht wirklich ein schlechtes Gefühl dabei. Und habe es, wie gesagt, für ein halbes Jahr getan. Und ich kann mich sogar erinnern, ich habe sogar das Haargel und Haarspray an ein paar Leute verkauft für etwas weniger. Aber dadurch habe ich halt Plusgeschäft gemacht, okay? Und ja, ich habe tatsächlich geklaut. Es gab noch einen anderen Lidl. Das war neben meiner Schule. Allerdings ging ich auf eine Schule. Das war dann kein Edeka, sondern es war, ich glaube, Lidl oder irgendwie sowas in der Art war es. Und da, ich meine, meine Schule zum einen hatte einen sehr schlechten Ruf. Sehr, sehr schlechten Ruf. Ich ging aber auf eine Schule mit einem sehr, sehr schlechten Ruf, okay? Und deswegen war Lidl, oder was auch immer das war, kann auch Penny sein, war sehr vorsichtig. Und man durfte zum Beispiel nicht mit einem Rucksack rein. Man durfte halt mit bestimmten Sachen nicht rein. Man musste immer alles draußen lassen, okay? Und das war so eine Stelle, wo ich nie geklaut habe, nie. Weil ich wusste, das wird zu gefährlich. Und alle meine Kollegen wurden erwischt. Alle wurden erwischt, okay? Und es ist halt nervig, wenn man erwischt wird, weil dann werden die Eltern involviert und solche Sachen. Und ich habe dann aufgehört, wo ich gemerkt habe, oh, die Leute werden mir erwischt. Ist es besser, wenn ich aufhöre? Und irgendwann habe ich aufgehört und dann hat meine illegale Vergangenheit aufgehört. Und tatsächlich habe ich, soweit ich mich erinnern kann, nichts Illegales mehr danach gemacht. Okay. Und ja, das war meine illegale Vergangenheit. Ziemlich crazy, ich weiß. Ich war nicht immer der Legalste. Wer hätte es gedacht? Nun, mit dem Video würde ich nicht wirklich sagen, dass Klauen irgendwie gut ist oder so. Ich meine, ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich sage nur, wenn man es macht, muss man damit, muss man mit viel Blamage umgehen können. Weil ich meine, wenn du erwischt wirst, dann wird es sehr, sehr, sehr peinlich. Und wenn du noch nicht volljährig bist, dann, deine Eltern, die werden dich bestrafen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir sehr sicher. Ich meine, ich habe es irgendwann meiner Mutter erzählt, weil, also ich mache nicht zu viele Geheimnisse draus, okay? Ich freue mich als Erwachsener. Sie hat auch drüber gelacht, okay? Aber ich weiß eine Sache. Wäre das vor mehreren Jahren passiert, ich glaube, das war vor 15 Jahren. Hätte sie das herausgefunden, wie ich erwischt worden wäre, dann gäbe es Stress bis zum Gehtnichtmehr. Ja, also, ja, aber der Kick ist wirklich das, wieso Leute sozusagen die ganzen Sachen machen. Der Kick ist das Crazyste. Der Moment, wenn du an der Kasse stehst, einfach irgendwas Illegales tust. Dieser Kick, es ist wirklich, wirklich, falsch und springen ist nichts dagegen, okay? Und dann rausgehst und Erfolg damit hast. Das ist ein interessantes Gefühl. Ich will nicht sagen das beste Gefühl, aber ein interessantes, illegales Gefühl, okay? Okay, deswegen gibt es, seitdem habe ich Kriminelle verstanden. Viele Kriminelle wollen einfach nur den Kick haben. Sie wollen einfach irgendwas fühlen. In ihrem langweiligen Leben wollen die einfach irgendwas fühlen, okay? Und deswegen machen sie manchmal solche Sachen wie eine Bank ausrauben oder irgendwie sowas eine Art. Natürlich führt das zu gar nichts, höchstens ins Gefängnis. Aber jetzt, wo ich mich erinnere, warte mal, das habe ich vergessen zu erwähnen. Wo ich mich erinnere, ich habe eher aufgehört, weil ich, ich glaube, ich war 13 und ich wurde 14. Und ab dem Zeitpunkt war ich auf einmal strafbar. Ich glaube, so war das. Ich weiß nicht mal, wie die Gesetze heutzutage sind. Aber ich glaube, mit 13, wenn man irgendwas tut, müssen die Eltern noch dafür Verantwortung übernehmen. Und mit 14 ist man selber dafür verantwortlich, obwohl man nicht volljährig ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie eine krasse Straftat, jemand zu haben schlägt oder sowas macht, keine Ahnung. Dann ist man ab einem gewissen Alter selber verantwortlich dafür. Und nicht nur ab 18. Genau, jetzt, wo ich mich erinnere, deswegen war es. Aber ja, das war die Geschichte, meine illegale Vergangenheit. Es tut mir leid, dass ich nichts Spannendes zu erzählen habe, wie eine Leiche im Keller oder so. Obwohl, wer weiß, vielleicht kommt das ja noch und dann habe ich ein cooles Videothema. Also, ja, wenn ihr mehr über meine Leichen erfahren wollt, lasst mich wissen. Aber ja, wenn du über irgendwas willst, worüber ich reden soll, dann schreib es in den Kommentaren. Es muss nicht irgendwas mit meiner Vergangenheit zu tun haben. Es kann auch mit den News zu tun haben oder mit alles, mit allem. Worüber du auch mal willst, worüber ich rede. Ich brauche eure Ideen. Okay, ich brauche eure Ideen. Dieser Kanal ist wortwörtlich null Arbeit für mich. Ich rede einfach nur zur Kamera und stelle mir vor, da ist ein Mensch und der schaut das Video. Und ja, übrigens, wo ich jetzt ein Bart habe, muss ich damit rumspielen, wie ihr sehen könnt. Aber ja, das war es für das Video. Lasst mich oben da. Abonnieren kostenlos. Kommentieren für den Algorithmus. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.